Ich bin Annie Flynn Raybello. Viel zu viele Namen von zu vielen Ehemännern. Darum nennt mich jeder einfach nur Rebel. Rebel, 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 Rebel. Ich zwinge Konzerne in die Knie. Ist das nicht diese berühmte Anwältin? Sie ist keine Anwältin, sie ist nur laut. Stonewall Medical ist das Letzte. Die haben die unter den Rock fotografiert, peinlich. Ist ne Mega-PR. 3000 Menschen in einer Facebook-Gruppe. Alle mit denselben Symptomen, die erst eingetreten sind, als sie die Herzklappe von Stonewall bekommen haben. Ihre Firma gefährdet Menschenleben und das wissen sie genau. Ich kann so nicht leben. Du darfst nicht aufgeben. Gib bitte nicht auf. Die einzige Chance, die Herzklappe vom Markt zu kriegen, ist, wenn wir handeln. Der Fall ist nicht zu gewinnen. Wollen wir wetten? Dieses Ding bleibt ab sofort bei mir. Glaub, das ist ne gute Idee. Rebel ist anstrengend, aber sie rettet die Welt. Und so ist es? Bist du drei denn? Vielen Dank.